Mein Name ist Max Frindhopp, ich komme aus dem Ruhrgebiet ursprünglich. Prinzipiell sind halt die Formsprachen und Kompositionen, die ich mir zu Beginn meiner ernsthaften Auseinandersetzung mit Malerei gesucht habe, so aus der Naturwissenschaft heraus entstanden. Also die Haltung der Kunst gegenüber ist prinzipiell eine, die eine Spontanität zulassen muss, von der man selber auch immer überrumpelt werden kann. Und wenn man das halt über Jahre oder Jahrzehnte weiterführt, entsteht halt eine Dynamik, ein Dialog mit seinem eigenen Werk, das über die Möglichkeiten von strategischer Entwicklung hinausgeht. Ich glaube, da liegt etwas Größeres, etwas Tieferes drin. Es ist irgendeine Art von Versinnbildlichung dort, aber es geht halt auch um sehr viel mehr, um einfach um das Zulassen des Prozesses und konstruktivistische Gedanken und Formsprachen zu finden und in die abstrakte Malerei umzusetzen. Also ich finde sowas eher spannend, sich auch solche Experimente einzulassen und sich darin auch fallen lassen zu können oder zu müssen. Also es hat sowas von Hingabe, wenn man einfach irgendwie diese Sachen als Gegenüber akzeptiert und nicht als etwas, was man strategisch in die Welt setzt, um einen Geschmack zu treffen.